So, ich musste hier ganz kurz einen Kampfhahn beiseite dringend. Okay, aua. Der ist nicht tot, das weißt du, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ins Genick, ins Genick. Ah, jetzt kommen sie von hinten. Ich will trotzdem nach vorne zielen. Au, oh, 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 oh. Ah! Wie ist das? Was denn? Ich gebe mal den Controller, vielleicht kann ich dir helfen. Ja, klar, auf den Controller. So, ich glaube, wir gehen jetzt mal ein bisschen dezent hervor. Wachtürme, bleib hinter den Becken! Schau, den haben wir. Den haben wir auch. So, jetzt muss ich auf die Wachtürmer 8 geben. Ah, schon viel besser. Lass einfach die NPCs vorher rennen und dann geht das schon. Alter. Du bist so weit noch nie gestorben? Mhm. Oh, du bist gerade am Kacken oder was machst du da, Alter? Alter. Ne, er versucht eine scheiß Soße aufzukriegen. Ja, er hat's geschafft. Ne. Dann doch lieber die fucking AK. Alter, hast du mega Dip in meine Fresse reingeschmiert? Den Dick in meine Fresse reingeschmiert? Nein, Dip. Dip. Achso, Salsa Dip oder was? So geht das, Freunde. Wir stehen jetzt mit Salsa. Oh, stehen wir drauf, Salsa. Ja. Ah, das können... Das kann ich auch, ihr... Schwanzlutschenden... Bip. Affen. Nett ausgedrückt. Alter, jetzt hab ich... Wow, und ich muss nachladen. Kann das sein, dass die hier durchschießen? Ih! Was hast du? Was, was, was? Ich musste den Dip ja irgendwie loswerden, ne? Kann ich da durchschießen? Nein. Oh, scheiße. Hm, lecker. Ich mein, ich hab ihn im Gesicht kleben, aber... Schmecken tut er trotzdem. Meine Güte, lass dich doch abknallen. Oh! Nicht schon wieder. Ich will dir dich abknallen zu lassen. Wie wär's mal, wenn ihr ihn auch trefft? Nicht immer nur daneben schießt, so wie ich. Wow, gar nicht gut. Schnauf! Schneller! Wuh, wuh, wuh! Jetzt hier hin. Super! Boah! Wir kriegen Besuch! Hausparty! Hausparty! Ja, lass mal der Digga Hausparty schmeißen. Ja, ich mal. Freddy, wir sollten doch irgendwann mal Türsteher spielen, weil auf ne Hausparty, ne? Ich meine, ich bin mal... Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Person, die dieses Video nicht sieht, deswegen können wir da offen drüber reden. Weißt du noch wann das angeblich sein sollte? Die war schon, glaub ich. Die war schon, hab ich mir gedacht. Haltet diese Busse zwischen euch und dem Turm! Lass mich raten, wir sollen die Busse zwischen uns und dem Turm halten? Die waren wegen ein Ferien. Boah! Ja, oder? Die hat gar nicht stattgefunden. Ich hab keine Ahnung. Naja, naja. Aber hätte ich wirklich mal Bock so allgemein zu Crew, die ich glaub ich vertürstehe. Hm. Fast zu dir. Ich weiß. Kommt keiner mehr durch, wenn du in der Tür stehst. Hey! Genau, kommst du eine 20 mm Minigar nicht durch so ein einfaches Papierblech, ey. Glaubst du auch? Ja, nur mal. Würdest du das schaffen? Ich würd das Ding durchscheißen. Also neun. Ih, gibt widerliches Go. Widerlich. Reicht das schon? Yes. Yeah. Ich glaub die paar Minuten Granatenwerfer haben sich ausgeübt. Drück noch ein bisschen vor. So gut kannst du auch nicht werfen. Ja, ich... Wollts nur versuchen. Was haben wir hier für nen Scope drauf? Das gleiche. Oh, ja. Nein! Ich will doch! Was ist das gleiche? Ja, das gleiche Scope, aber ne andere Waffe. Die verzieht nicht. Ja. Haha, du siehst mich nicht. Fick dich! So, neues Einsatz hier. Formatieren sie sich mit Hopper. Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Alter, alter. Jacob, das musst du sehen. Ja, ich seh's doch schon. Ganz ehrlich. Sieh dir das gut sein. So waren wir Deutschen damals auch drauf. Zweiter Weltkrieg, so... Timex finde ich nichts zu sagen. Bäraw Das wird schön schaschlig, lass mal anzünden. Oh Rein da! Hopper, sofort! They're not going on thelan tragedy. Bäraw pesar athletes 3 Was machst du? Sie haben uns gesehen. took as beautifully zu protective kid. Nein, ich, ich hätte nicht gedacht, dass sie, dass sie uns wirklich sehen. Hauptsache, sie reden schon und der Ladescreen ist noch gar nicht so nett. Zieh dir die Scheiße doch mal an. Leg dich jetzt schon rein. Scheiße. Was machen wir? Nein, nein, nein. Nee, ich übe nur das Zielen auf Bewegung. Rein da, rein da. Ich kann nicht, hier ist eine unsichtbare Mauer. Ach eh. Da kannst du dich auch einfach rauflegen, dann brauchst du dich doch nicht unter jemanden legen. Oh fuck. Ja, ich stehe auch auf Leichen. Wahrscheinlich werden wir gleich wenig kragen oder so. Ja, stimmt. Ob die uns sehen, wenn ich so mache? Nein. Aber jetzt nicht machen. Scheiße, 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 Scheiße. Er ist gerade sehr günstig. Wir werden uns verspäden. Halt ihn durch. Wir treffen uns an der Schuld. Dass sie euch aber auch dezent nicht treffen, ne? Wenn die da mal reinschießen. Ja, ich würde es einfach sagen, wir haben Glück gehabt. Vielleicht haben sie ja einen erwischt. Diese Fotos erhielt ich von einem Freund mit Kontakten zum Widerstand. Ich glaube, wir alle haben vermutet. Nein, wir wussten. Es läuft, hatten wir diese geschehen. Aber der Beweis ist so schockierend. Und recht surreal. Wir sollten für diese Fotos dankbar sein. Die zeigen einen Feind, der uns einen menschlichen will. Aber amerikanische Leichname in eine Grube zu werfen, kann unseren Widerstand nicht bejagen. Wenn Erde und Schotter stille Münder füllen, werden wir für sie sprechen und der Welt ihre Geschichten erzählen. Diese Toten haben Namen, solange wir für ihr Anlenken kämpfen. Dieses Land wird wieder unser Land werden. In diesem Augenblick plant der Widerstand Angriffe, die zu einem Sieg in einer unserer größten Städte führen könnten. Ich bin die Stimme der Freiheit und verabschiede mich. Die Wunde muss erst mal verheilen. Finger weg von ihr. Junge sucht immer eine reale Freundin. Hörst dich an wie Steven. Du leistest gute Arbeit. Ich wünsche dir jede mehr wie dich. War vorsichtig. Was macht er denn da? Warum kommt er denn zurück? Er ist doch verletzt. Ja, dann kann er doch trotzdem mitfahren. Das ist ein Auto. Und dann wartet er da, bis wir wieder zurückkommen oder was? Hey locker. Junge, wenn er da so richtig gehen und stehen konnte, warum kann er nicht mit dem Auto rumfahren? Doch kann er ja, aber wir fahren wahrscheinlich zu einem Einsatz und da kann er dann nicht mit helfen. Ich kann die Sniper nehmen, die alle weg. Ähm... In Ordnung, wir werfen euch ab und Hopper richtet sich am östlichen Platz rein. Ich bring den Lieferwagen zum Haupttor und treffe mich mit den Typen von Gunnison. Wir sind hier. Alter, ey. Geil. Sniper. Das kannst du überhaupt nicht so wie du fielst, ey. Wir machen den Weg für Goliath frei. Dann gehen wir rein und suchen den Treffer. Hoffentlich bist du bereit, den Scheißkern richtig wehzutun. Äh... Ja, natürlich bin ich bereit, ihm wehzutun. Der Parkplatz ist sauber, aber drinnen könnten noch welche sein. Seid ihr zwei allein? Es kommen noch mehr. Halt dich zurück, bis das Feuerwerk losgeht. Oh, Feuerwerk. Oh, ich liebe Feuerwerk. Feuerwerk, Silvester. Junge, Alter. Was denn? Kummer, kummer. Geiles Werbeplakat da oben. Hut, hörst. Mit der Eule. Sehr, sehr schön. Keine Schüsse. Wir warten, bis Connor loslegt. Alter. Du hast auch nicht bessere Stücke. Nein. Zurück. Wenn sie uns hier hinten sehen, geht alles in die Hose. Tja, das wollen wir ja nicht, ne? Aber ich kann mein Mädchen auch nicht ohne mich gehen lassen. Sag mal, warum können wir denn keine Waffe ziehen? Weil du Sniper bist. Ja und? Ich werde doch eine Handknarre dabei haben. So wie ich dich kenne, wirst du noch nicht mal die Schneider mithaben. Alter, was ist denn für eine Pussy? Dass er sich einfach so von dieser charmanten Frau flachlegen will. Ja, das ist ein richtiger Kerl. Ging in mir genauso. Jetzt hast du eine Knarre anscheinend. Wie soll ich denn die alle wegsnipern? Verstanden. Los geht. Es lebe der König, baby. Junge, nicht im Himmel. Zur Linken. Ach, der Lieferwahn. Ui. Feuerwehr! Vollidioten. Dann hat die Oben erst mal weg. So. Sie betet erst mal. Wer schießt da? Lass dieser Bastard nach. Aber wo bleibt die zweite Seite? Nichts Arbeiten. Du bist jetzt nur ein Schussmannladen. Allerdings los. Alles los. Selbst sehen, dass sie verfehlt, Mann. Der will jetzt los. Der macht gar nichts. Echt so. Habin. 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 So, wer schießt hier auf mich? Habin. Nicht. Habin. 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 Das snipen ist aber einfach. Ja, du kannst es trotzdem nicht. Nee, das sind meine Leute. Habin. Nachladen. Wo. Wo. Cl... Leck. Pl... Pl... Leck. Ja, ich wollte sagen, klein... Oh scheiße, viel Schuss, viel Schuss. Kleiner Framerate-Anwuch. Das Ding kommt auf uns zu. Was? Wo. Komm da runter, sofort! Ey, du bist schon runtergeflogen, Alter. Leck mich fertig. Ich wollte eigentlich noch eine Runde snipern. Junge, höre auf deine Herzdame. Ey, Auto. Boah, da haben wir aber Glück gehabt. Ey. Ist ja lustig. Wir haben gerade keine Zeit zu plaudern. Tut mir leid, tut mir so leid. Los, los! Kommt schon hier hoch. Ja, jetzt kommt nach, Mädel. Ein Unfall, durch fast aufgebracht. Flach atmen, durch die Nase. Wir haben ein paar Sekunden, bevor der Phosphor genug abgebrannt... So, wo sind wir denn da? Hab ich nicht. Hab ich... Alter, könnt ihr mich mal... snipen lassen? Ich wusste es, ich kenne dich doch. Alter! Leck mich fit. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Beste, beste. Ja, 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 genau. Jetzt seh dir so hasst dich auf, ne? Oh, ist ja mal... Allein, wie sie uns voll den Arsch ins Gesicht gestrickt hat. Achso, nee, der ist von uns. Auf dem Dach, Junge. Klar, oben. Wo der Minieren steht. Hab ihn! Letter Headshot. Hab ihn. Ja. Ja, genau. Ihr mich auch. Ihr mich auch. Ich hab zwar gesehen, dass da eine war, aber... Ihr mich auch. Ja, dann ist so viel. Oh, und so. Noch einer. Nee. Ah! Ah! Oh, ich hab's jetzt trotzdem nicht mehr drin. Ich kann's wie mit F4 anvisieren, ne? Dann schießt sie wieder die Granaten mit dem... Ja, genau. Oben, 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 oben. Denen sollte.